Liebe Erdingerinnen und Erdinger, jetzt ist am Rennweg und in der Freisinger Straße, genauso wie auch bereits in der alten Römerstraße, ein Radfahrstreifen, der besonders bei den Zufahrten aus den Nebenstraßen mit einer roten Kennzeichnung unbedingt dafür sorgen muss, dass die Sicherheit für unsere Fahrradfahrer, aber auch die Übersichtlichkeit im Straßenverkehr hergestellt wird. Die Stadt unterstreicht damit einmal mehr, dass wir dem Fahrrad äußerst aufgeschlossen sind und dass wir jetzt bei den Werben und Mitglied bei der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommune einen besonderen Akzent setzen.